Herzlich Willkommen! Wir machen heute mal die Stadt unsicher oder so ähnlich könnte man sagen aber besser gesagt wir müssen uns in der Stadt schützen denn die Zombies greifen an das einzigste was wir tun können wir müssen unsere Waffen erheben und alles auf sie drauf ballern solange es noch geht wir müssen uns verschanzen bevor wir verloren sind nun gut dann lasst das spektakel beginnen das Zombiespektakel so jetzt muss ich erst mal gucken wo kann man denn überall noch mal was reparieren den hätte man auch messern können aber naja gut ich hätte jetzt auch nicht gemessert aber ich wollte nur mal sagen einfach so hier haben sie aber einen ziemlich großen Crash gebaut ein Auto zwei Autos drei vier fünf Autos oh oh es hat zwölf geläutet ist gar nicht gut wow na fuck haben wir hier wieder Noob drin oder was man 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 das geht ja mal gar nicht ach hier ist auch noch nicht geöffnet sehe ich gerade ähm was gibt's hier oh gib her das Teil ah ja das war so ein Teil das schießt auch nur einmal du brauchst 5.000 so viel hab ich aber nicht ach Leute was machst du denn verstehe ich jetzt nicht ist der besoffen oder was so kann man hier rein nein also ich find's ähm richtig gut hier ähm dieses Lava oder diese Lava Funken die hier so runter streuen und die hier so runterfallen finde ich richtig cool und diese Sonne die da noch so zur Hälfte durchstrahlt finde ich cool cool gemacht das geil wäre wenn man hier hinten zu diesem Kirschturm könnte und dort noch ein bisschen irgendwas machen könnte das wär geil das wär richtig geil dann fehlen ja nur noch Vampire stirb stirb Zambi stirb maximale Muni zio das ist aber schön auch was ist denn nur mit dem wieso stirbt denn der die ganze Zeit ey das verstehe ich nicht so ein kacken Noob ei ja jetzt bin ich auch gestorben oh man das geht dann sind die jetzt doch schon so stark ich habe ja da jetzt 30 mal drauf geballert so ich schreibe mal kurz help so danke erstmal Leute so erstmal reparieren okay so die alte schule haben erstmal dicht gemacht das ist auch besser so soll die schule bleiben wo der Pfeffer wächst gell ähm was wollt ich schreiben German German English füch ich das war wieder heiß colon cool da gibts ne Bowlingbahn cool oh man schade dass man da nicht rein können sehr schade finde ich das German okay Ach Mist Ey, das wäre so geil, wenn man da hin könnte Eine Bowling-Bahn, eine alte Kirche Ey, Leute Hätte da ruhig mal noch ein bisschen was dran basteln können Das wäre so geil Oder man könnte hier auch Übrigens das geile Thumbnail machen Oder so Wenn man Möchte Oh, und hier in die Bank kommt man dann später auch rein Geil In der Bank war ich zum Beispiel noch nie Kabum Oh, hier gibt es eine Kiste Ei, ei, ei Erstmal wieder beleben So Ihr macht das schon irgendwie Na klasse Ah, cool Jetzt kann ich einmal Selbstständig wiederbelebt werden Anscheinend Also diesen Diese ganzen Fähigkeitssachen Die hier in diesen Wie nennt man das In diesen Verkaufstruhen sind Oder Boxen Die habe ich alle noch nie ausprobiert Deswegen Ja, deswegen Muss ich auch selber erstmal gucken Was das alles bringt Also das mit dem Wiederbeleben Ja, das ist eigentlich logisch Dass man dann wiederbelebt wird Denke ich mir mal Kann auch sein, dass es nicht so ist Kann auch sein Dass irgendwas ganz anderes ist Ja Ist alles möglich hier Bei solchen Verrückten Oh, sie fertig Oh, oh Hilfe Fuck you Shit Oh, stirb doch endlich Meine Güte Ist das nur so schwer Na klar Jetzt kommen sie alle zu mir hoch Oder was Fuck Die Truhe Boah Boah, seht ihr wie oft ich Dafür brauche Für die alte AFK Oder Ne, doch nicht So Der Hilft mir erstmal Danke Dankeschön Dafür erstmal Aber nur erstmal Nicht für nachher Nur jetzt erstmal So Danke Für die coole Waffe So Und weiter geht's Alalalala Wer rastet denn hier schon wieder aus? Boah Da kommen schon die ersten Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Die verrückte Lache Boah Kommen dann eigentlich auch so übelste Ähm Äh, so Spezialzombies Sag ich mal So große Oder So mächtige Naja mächtig Was heißt mächtig? So Naja so Verrückt Oder so Andere Kreaturen Sag ich mal Nicht nur immer hier die gleichen Weil die Lache Hört sich ja Mehr nach was anderem an Nach irgendeinem Irgendeinem Coolen Gangster Assi Äh, Gangster Assi Gangster Zombie Sind ja nicht alle Zombies gleich Assis Tschüssikowski Mein Freund So Den hätten wir erledigt Ey Komm her Doppelte Erfahrung Oder Ja Doppelte Punkte Ja Doppelte Punkte Meine ich doch Erfahrung Was willst du hier mit Erfahrung? Wäre aber auch sehr interessant Wenn man hier noch Erfahrungspunkte mit reinbringen würde Wer weiß Wer weiß Was das bringen würde Bye Jack Okay Oh oh Bye Jack Ja ja Ich muss da erstmal hinkommen So Need some more money I Not I haven't Genug I haven't Much more Oder so I'm a English Profi Jack Ja ich brauch auch noch mehr Geld Sorry Leute Aua 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 ja Doppelte Punkte Da sind sie doch die ganzen Blauhelme Dort hinten Zack Nein Nein was will ich mit einer Granate Weiß ich auch nicht Granate Hier sollte man auch mal das Loch zumachen Sonst kommen hier noch ewig Ratten raus Also Zombie Ratten meine ich jetzt So Original Box Was war da mit einer Originalbox Keine Ahnung Okay Schreibt da eine Fuck ey Jetzt kommen sie wieder Kommt doch her Wenn ihr euch traut Ja Coole Waffe hat er Aber ich glaub die ist auch nicht Unendlich Buy some Perks Okay Will ich jetzt aber nicht Ha Die sehen dass ich deutsch bin He 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 Sind die lustig Hoho Brennt Brennt Ihr Verlierer Brennt Ha ha Habe ich sie ja erstmal wieder alle fertig gemacht hier Alle mit einem Schlag Davon können manche nur träumen Ich bin mir hier verstecken oder was Oder fangen Ey Wo sind denn meine ganzen Typen Gehen wir jetzt alle hier rüber oder was Eiei Eiei Boah Oh ein Hammer Schweiner Boah Fuck Hinter mir ist einer Hinter mir ist einer Hilfe Hilfe Jetzt nicht mehr Boah bin ich froh dass er weg ist Ich hasse den Wo sind sie jetzt alle Das Ding ist zu Das Teil ist auch zu Wo sind die anderen Ich seh sie nicht Hm Komisch Ach ich kaufe mir erstmal hier die Coole Pistol So Okay Waygun Soon Wait Wait So Wollen wir erstmal die Waffe leer machen oder Moni Für alle Sehr schön Wow 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 Immer ruhig mit den Alten Pferden Boah Shit Ich muss wiederbelebt werden Shit Los Da oben ist noch ein alter Na was solls Eiei Achtung da kommen sie Sehr schön habt ihr das gemacht So erstmal hier wieder alles dicht machen Hm Sehr wichtig So einer muss wiederbelebt werden Und zwar hier oben So jetzt sag nicht dass hinter mir einer kommt Wow das war knapp OMG Stinky Shit keine Muni mehr Naja so geht's auch So das hätten wir erstmal geregelt Box What for a box Ja stimmt wo ist die box Ich brauch die Shit Oh 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 Graded Wager So Sehr schön Hammer Oh man Nein Komm schon Fuck Hilfe Da oben ist einer Wow, das war knapp Shit, ich habe keine Money mehr No Money, no Money Wartet mal, da drüben gab's